. Kaum ein anderes Insekt ist so gern gesehen wie dieses. So beliebt die Hummel aber ist, so geheimnisvoll bleibt sie den meisten. Über riesigen Schneefeldern finden wir sie genauso wie in unseren Großstädten. Und wo eine Hummel fliegt, da sind auch Blüten. Hummeln nutzen den Tag und sind bis zu 18 Stunden aktiv, viel länger als Bienen. Doch kaum jemand kennt auch ihre Schattenseiten, die geheimen Gänge ihres Erdnestes. Hummeln dringen in Berglagen bis auf 6000 Meter Seehöhe vor. Und manche von ihnen bewohnen nur alpine Lebensräume. Einige davon bleiben bis heute rätselhaft und geheimnisvoll. Ihre Nester wurden noch nie gefilmt. Aber Hummeln haben auch Feinde. Bunte wie Pelzige. Und sie sind keineswegs überall willkommen. Doch wenn es darauf ankommt, sind sie hartnäckige Gegner und können schmerzhaft stechen. Wer sich mit einer wütenden Hummel anlegt, zieht nicht selten den Kürzeren. Dieser Film begleitet eine Hummelkönigin durch ihr Jahr, um das abenteuerliche Leben dieser Bienen im Pelz mitzuerleben. Unsere Geschichte beginnt im Spätwinter. Es ist die Zeit, wo allmählich die Tage wieder länger werden und die Kraft der Sonne zunimmt. Im letzten Schnee finden sich erste, leuchtend blühende Sträucher, wie diese Kornellkirsche. Früh im Jahr, oft bei Temperaturen um den Gefrierpunkt, öffnen sich die Knospen. Und mit den ersten milden Sonnenstrahlen kommen auch erste Gäste. Fliegen. Für die große Mehrheit des Insektenvolkes ist es noch zu früh. Zudem sind die meisten im vergangenen Herbst verendet. Wo also ist die nächste Generation, die schon in wenigen Wochen brummend und summend in den Frühling fliegt? Rund 20 Zentimeter unterhalb der Schneedecke haben Hummelköniginnen überlebt. Ihr Volk ist schon im Herbst zugrunde gegangen. Doch die Königinnen ruhen unbewegt in Kältestarre, bis die Kraft der Sonne sie weckt. Hummeln schützen sich mit Glykol im Blut vor dem Erfrierungstod. Feuchtigkeit, die Eiskristalle entstehen lässt, ertragen sie allerdings nicht sehr lange. Für dieses Tier ist es höchste Zeit, dass Plusgrade die Winterruhe endgültig beenden. Noch etwas träge kämpft sich die Hummelkönigin in Richtung Licht und Wärme. Nach rund sechs Monaten Winterschlaf hat es unsere Erdhummelkönigin geschafft. Nun putzt sie sich erst einmal den Staub aus ihrem charakteristischen schwarz-gelben Pelz. Die Hummel gilt als gutmütiges Insekt. Doch selbst Forscher sind immer wieder überrascht von ihren Verhaltensweisen. Längst sind nicht alle Geheimnisse dieser pelzigen Schwestern der Honigbienen enthüllt. Schon eine Lufttemperatur von nur zwei Grad plus reicht aus, dass Hummeln fliegen können. Für sie ist es kein Problem, sogar größere Schneeflächen zu überqueren, immer auf der Suche nach Blütennahrung. Jetzt ist sie ausgehungert und braucht dringend Energie. Doch da bahnt sich Unglück an. Die Hummelkönigin war stark geschwächt und ist nun noch ins eiskaltes Schmelzwasser gestürzt. Wenn sie nicht ganz rasch wieder ans Ufer kommt, bedeutet das den sicheren Tod für das Tier. Unsere Erdhummel lebt im Alpenvorland. Hier ist das Klima rau und die Überlebenschancen für ein völlig durchnässtes Insekt sind sehr gering. Viele Hummeln kommen nicht durch ihre ersten Tage. Doch nur wenige hundert Höhenmeter tiefer im Tal sind die Temperaturen um einige Grad milder. Hier beginnt gerade die Blüten-Explosion des Frühjahrs. Hier gibt's reichlich Kraftnahrung. Überwinterte Schmetterlinge wie der Zeefalter holen sich ihren Nektaranteil aus. Am blühenden Seidelbast. Überall im Land brechen jetzt die blühenden Pollenkätzchen der Weiden auf. Es gibt an die hundert verschiedene Sorten, die wie Fackeln am größtenteils noch kahlen Waldrand leuchten. Diese Palmkätzchen sind mitunter die erste und wichtigste Insektennahrung. Hier eine gehörnte Mauerbiene, eine weitschichtig verwandte der Hummeln. Der dichte Pollenstaub scheint ihren Rüssel verstopft zu haben. Er ist zusammenfaltbar und hilft Hummeln, flüssigen Nektar oder Feuchtigkeit aufzunehmen. Je nach Hummelart und Spezialisierung haben sich die unterschiedlichsten Rüssellängen entwickelt. Zurück in der Region unserer Erdhummelkönigin. Hier scheint das Frühjahr noch in weiter Ferne. Die Grasfrösche sind zwar schon in Paarungsstimmung, doch nicht alle Wildtiere sind so unempfindlich gegenüber Kälte und Feuchtigkeit. Schon gar nicht Insekten. Doch unsere Hummelkönigin hat den Sturz ins Eiswasser überlebt. Wohl mit viel Glück und auch dank der dichten pelzartigen Behaarung, die sie vor Kälte schützt, ist sie dem Unterkühlungstod entgangen. Umso dringender braucht sie nun die wärmenden Sonnenstrahlen und energiereiche Nahrung. In den Blüten der Schneerose findet sie wichtigen Kraftstoff. Nektar, den sie mit dem Rüssel gierig aus den Kälchen saugt. Einmal gestärkt, verfolgt die Hummelkönigin ihr nächstes Ziel. Sie muss in den Frühlingslandschaften eine dauerhafte Bleibe finden. Am besten einen verlassenen Erdbau. Unsere Königin macht sich auf zu einem kilometerlangen Suchflug. Es gilt, eine ausrangierte Nesthöhle zu finden. Eine Second-Hand-Höhle, in der sie ihr Nest anlegen kann. Hummeln sind Höhlenbewohner. Und verlassene Mäusehöhlen, Vogelnester oder Erdlöcher anderer Kleintiere sind ideale Behausungen für Hummeln. Ziesel bauen Erdhöhlen. Auf Hummeln sind sie nicht gut zu sprechen. Denn sie wissen, Hummeln haben nur eins im Sinn, in Zieselhöhlen einzudringen. Und das wollen die Nager in keinem Fall. Die Devise lautet, Höhle mit sich selbst verstopfen. Das große Mauswiesel, auch Hermelin genannt, ist ein passionierter Höhlenbauer. Doch nur in eigener Sache und für die Frau Gemahlin. Schneller als man glauben möchte, ist unsere Königin zur Stelle und sieht ihre große Chance. Doch das Hermelin ist wachsam. Wieder nichts. Eine andere erfolgversprechende Möglichkeit für Hummeln, ein Dach überm Kopf zu finden, sind Vogelnistkästen. Doch die sind nicht immer frei. Wie bei Familie Hausrotschwanz. Hier ist kaum noch Platz in der kleinen Hütte. Vor allem aber dulden die Alten keine Untermieter. Dieses Blaumeisenpaar hat schon vor mehreren Wochen seinen komfortablen Nistkasten bezogen. Dieser trockene und etwas versteckte Standort bietet den sechs Nestlingen optimale Bedingungen für die ersten Lebenswochen. Das Einflugloch misst nur rund drei Zentimeter im Durchmesser. Der enge Durchschlupf bietet guten Schutz für die Nestlinge der Singvögel. Denn dadurch können größere Fressfeinde nicht eindringen und die Brut nicht gefährden. Unsere Erdhummelkönigin fliegt ganz in der Nähe des Nistkastens und die Vogelbehausung entgeht ihr nicht. Auf sie allerdings übt ausgerechnet das kleine Einflugloch eine fast magische Anziehungskraft aus. Der Blaumeise schwarnt nichts Gutes, denn die Hummel scheint wie besessen von dem Nistkasten. Schließlich ist sie tatsächlich gelandet und fest entschlossen einzudringen. Der Blaumeise bleibt nur mehr eine Wahl. Sie muss vor der Hummel im Nistkasten sein, um ihre Jungen zu schützen. Der Schutz- und Überlebensinstinkt der Blaumeise lässt sie die Gefahr, gestochen oder gebissen zu werden, vergessen. Denn Hummeln sind trotzige Gegner, die sich verbissen am Untergrund festkrallen können. Dieses Gefecht hat die junge Hummelkönigin verloren, aber sie ist unverletzt geblieben. Eine Beschädigung ihrer Flügel käme einem Todesurteil gleich. Hummeln sind robust und hart im Nähmen. Aber wenn unsere Königin nun nicht recht bald eine Behausung findet, kann sie kein eigenes Volk mehr begründen. Dann wären ihre Tage gezählt. Ihre möglicherweise letzte Chance. Ein Mäuseloch. Minutenlang dauert der Sondierungsflug. Ob sie es wagen soll? Der Entschluss steht. Es geht hinein. Gleichsam in die Höhle des Löwen. Die Hummelkönigin weiß nicht, was sie erwarten wird. Sie wirkt nervös. Das zeigt sich auch darin, dass sie sich ständig putzt. Mäusebauten liegen oft 20, 30 Zentimeter unter der Erde. Und dass sie bewohnt sind, merkt man meistens erst am Ende. Erneut scheint unsere Königin Pech zu haben. Ein Nager hat sich hier schon häuslich eingerichtet. Es scheint, als würde sie in letzter Sekunde doch noch der Mut verlassen. Die Maus hat gemerkt, dass es einen Eindringling gibt. Doch unsere Königin hat sich zum Kampf entschlossen. Diesmal wird sie nicht aufgeben. Das Heben des Beines bedeutet, wenn du näher kommst, kämpfe ich. Die Maus weicht zurück, denn sie hat gehörigen Respekt vor dem Stachel und den kräftigen Mundwerkzeugen einer Hummel. Unsere Königin nutzt die Chance und dringt immer tiefer in den Wohnbereich der Maus vor. Noch ist die Schlacht nicht geschlagen. Mäuse sind zäh und lassen sich nicht so einfach aus ihrem Bau vertreiben. Für beide Seiten kann es bei diesem Kräftemessen um Leben und Tod gehen. Doch dann ist die Sache entschieden. Die Maus kapituliert vor der aggressiven Hummel und räumt tatsächlich das Feld. Unsere Königin ist vom Kampf völlig erschöpft. Doch was zählt ist, dass sie es tatsächlich geschafft hat, den hundertmal schwereren Nager zu vertreiben. Endlich hat sie ein Nest und kann ein neues Hummelvolk ihr eigenes begründen. Nicht allzu weit entfernt haben Baumhummeln schon vor Wochen einen alten Nistkasten in Beschlag genommen. Ihre Entwicklung ist schon fortgeschritten, denn hier gibt es bereits zahlreiche Arbeiterinnen, die geschlüpft sind. Wie ein Häufchen Backerbsen sieht das Baumhummelnest aus. Die deutlich größere Königin thront in der Mitte. Bis zum Sommer wächst das Volk auf mehrere hundert Individuen an. Im Vergleich zur Honigbiene ist das ein winziger Staat, denn ein Bienenstock beherbert bis zu 80.000 einzelne Bienen. Davon kann unsere Erdhummelkönigin nur träumen. Aber noch hat sie keinen Nachwuchs. Sie muss sich beeilen. Ein sogenanntes Honigtöpfchen hat sie schon angelegt. Es ist aus Wachs und sie hat es mit Nektar gefüllt. Ihr Nahrungsvorrat, von dem sie jederzeit trinken kann, wenn das Wetter draußen schlecht ist. Hummeln haben keine Waben. Sie bauen ihre Nester auf andere Weise. Das benötigte Wachs scheiden sie an der Hinterleibsunterseite aus und befördern es zu den Mundwerkzeugen. Dann werden näpfchenähnliche Gebilde geformt. Mit dem nächsten Schritt ist die Hummelkönigin einer Nachkommenschaft schon sehr nahe. Sie legt ihre Eier in die vorgefertigten Näpfchen ab. Befruchtet wurde sie schon im letzten Herbst, noch bevor sie sich zum Winterschlaf zurückgezogen hat. Zwischen fünf und 15 Eier kommen in ein Näpfchen. Aus jedem einzelnen Ei schlüpft bereits nach wenigen Tagen eine Larve, die sich nach weiteren 15 bis 20 Tagen verpuppt. Eine Hummelkönigin ist eine überraschend fürsorgliche Mutter. Jedes einzelne Ei wird sehr behutsam behandelt und auf Beschädigung geprüft, ehe das Näpfchen verschlossen wird und der Entwicklungsprozess beginnen kann. Draußen hat der Frühling seinen endgültigen Höhepunkt erreicht. Unzählige Blütenknospen öffnen sich und locken mit dottergelben Pollen. Doch was wir als schneeweißen Blütenzauber wahrnehmen, sehen Hummeln anders. Man nimmt an, in einem besonderen Blauton. Etwa in dieser Art. Neu ist die Erkenntnis, dass Hummeln wahrscheinlich die schnellste Farberkennung unter allen Tieren haben. Sie erfassen Farben in wenigen Millisekunden. Sie sind doppelt so schnell wie wir Menschen. Der Fleiß der Bienen ist sprichwörtlich. Doch Hummeln besuchen im Vergleich zu Honigbienen die fünffache Menge an Blüten, Tag für Tag. Einzigartig ist auch die Brutpflege bei Hummeln. Immer wieder wärmt die Königin ihre Brut aktiv durch Ankuscheln. So kann eine Temperatur von über 35 Grad erreicht werden. Eine ähnlich intensive Fürsorge ist von keinem anderen Insekt bekannt. Nach rund 20 Tagen ist der große Moment gekommen. Der Hummelnachwuchs schlüpft. Am Anfang ihres Lebens ist jede Hummel feucht und farblos. Auch ihre Flügel müssen sich erst entfalten. Doch im Schutz des Hummelbaus trocknen die Tiere schnell. Um die 30 Grad hat es hier zumeist. Nach und nach schlüpfen jetzt immer mehr Erdhummeln. Allesamt Arbeiterinnen. Das Volk unserer Königin wächst beständig. Über das Sommerhalbjahr kann die Sippe auf 500 Nachkommen anwachsen. Immer wieder legt die Königin neue Eier. Ausfliegen wird sie nicht mehr. Das Frühjahr geht seinem Ende entgegen. Das Lungenkraut wird von vielen Arten gerne besucht, wie etwa der Ackerhummel. Doch nicht alles, was hier summt und sich benimmt wie eine Hummel, ist es auch. Der sogenannte Wollschweber wirkt auf den ersten Blick täuschend ähnlich. Doch in Wirklichkeit handelt es sich um eine Fliege mit extrem langem Rüssel. Die pelzig behärten Wollschweber sind ebenso wie Hummeln auf Blütennahrung spezialisiert. Der Trick der Nachahmung verschafft ihnen einen Überlebensvorteil. Denn nur wenige Tiere greifen die wehrhaften Hummeln an. Und wer eine Hummel täuschend ähnlich sieht, kann zumeist unbehelligt auf Nektarsuche gehen. Doch es gibt Steigerungsstufen. Hummelfliegen. Sie ahmen sogar artspezifische Färbungen nach. Ab einer gewissen Entfernung ist die Unterscheidung, ob nun Hummel oder Fliege, nahezu unmöglich. Doch auch die beste Tarnung nützt nicht immer. Denn es gibt Nahrungsspezialisten, in diesem Fall die Bienenfresser. Die wohl buntesten Vögel Europas bevorzugen mediterranes Klima und brüten in Lehm und Lösswänden. Auf ihrem Speiseplan stehen Großinsekten aller Art. Bienenfresser machen ihrem Namen alle Ehre, denn sie verzehren mit Vorliebe stachelbewährte Bienen. Damit enden mit Regelmäßigkeit auch Hummeln zwischen den kräftigen spitzen Schnabelhälften. Mit viel Geschick werden sie gequetscht und der Giftstachel ausgedrückt. Derart zubereitet und vorgekaut sind auch Hummeln genießbar. Die gezähmte Natur eines Gartens bietet zwar Bienenfressern keinen optimalen Lebensraum, dennoch die Vielfalt der Blütenpflanzen ist oftmals reichhaltiger als in Naturlandschaften. Für Hummeln ist ein üppiger Blumengarten ein reichhaltiger Versorgungsplatz. Und für manche Gartenbesitzer kann es gar nicht genug Hummeln geben. Während sich Imker seit Jahrtausenden Bienen im Stock halten, um Honig zu gewinnen, erfreuen sich Insektenliebhaber im 21. Jahrhundert am Hummelflug aus der Box. So wie Bienenvölker gezüchtet und verkauft werden, gibt es auch Hummelfölker aus der Retorte. In dieser Plastikbox befindet sich ein Hummelnest. Hierher kehren die Arbeiterinnen täglich wieder zurück. Westerloh ist eine Kleinstadt in Belgien. Hier werden Erdhummeln gezüchtet. Gärtner schätzen Hummeln, weil sie so viele Blüten anfliegen. In Labors werden die Tiere auf Parasiten und Krankheitsanzeichen untersucht, bevor die Hummelfölker vermehrt werden. Es ist eine Zucht unter kontrollierten Bedingungen. Jede Königin begründet ihr eigenes Volk. Und jede davon in einem Behältnis. Hunderte. Tausende. Hunderttausende Hummelfölker werden hier gezüchtet. Sind die ersten Arbeiterinnen geschlüpft, werden sie mit Pellets aus Blütenpollen gefüttert. Hier gibt es kein natürliches Umfeld. Doch damit sich die einzelnen Völker entwickeln können, brauchen sie energiereiche Nahrung. Sind die ersten jungen Hummeln aus den Larven geschlüpft, wird die Brutbox zu klein und die Tiere werden in ein größeres Behältnis umquartiert. Beleuchtung mit Rotlicht beruhigt die Tiere. Schließlich wird dem Hummelfolk ein großer Vorrat an Flüssignahrung mit auf den Weg gegeben. Rund 400.000 neue Hummelfölker erobern von hier aus ganz Europa. Ein Teil davon auch Österreich. Vor allem Obst- und Gemüsebauern in den steirischen und niederösterreichischen Anbaugebieten arbeiten mit solch portablen Hummelfölkern. Sie sind wichtige Befruchter ihrer Kulturpflanzen. Hummeln sind emsiger als Bienen. Bis zu 18 Stunden am Tag sind sie unterwegs. In dieser Zeit befruchtet jede Arbeiterin an die 1000 Blüten. Auch in Glashäusern werden häufig Hummeln benutzt, um die diversen Nutzpflanzen zu bestäuben und sicheren Ernteerfolg zu garantieren. So können dank dieser bewusst eingesetzten Befruchterhummeln Glashaus-Tomaten von März bis Oktober gezogen werden. Für unsere Hummelkönigin ist es mittlerweile Frühsommer geworden. Ihr Volk hat sich prächtig entwickelt. Mit dicken Pollenhöschen kehren die Arbeiterinnen zurück. Ein gutes Zeichen. Die gesammelten Blütenpollen werden in kleine Vorratsbehälter aus Wachs abgestreift. Die Pollen-Depots und der Nektar dienen dem gesamten Volk als Nahrung. Mitten im pulsierenden Nest findet sich die Königin, die immer weiter neue Eier legt. Für viele Wildtiere ist das Hochgebirge eine natürliche Verbreitungsbarriere. Erstaunlicherweise nicht für Hummeln. In Indien wurden sie schon auf 6000 Metern Seehöhe nachgewiesen. Ebenso in Europa auf den Gletschern der Alpen. Zahlreiche Arten sind durch ihren Pelz besonders kälteresistent, wie die sogenannte Kryptarum-Erdhummel. Sie siedelt noch in Regionen von 2700 Metern. Hummeln sind über die gesamte Nordhalbkugel verbreitet, wo sie die gemäßigten und kühleren Regionen bevorzugen. Auf Hochgebirgswiesen, oft jenseits der Baumgrenze, wimmelt es von unterschiedlichsten Insekten. Hier locken besonders viele Blütenpflanzen. Das Alpenklima ist rau und feucht. Einige Hummelarten schaffen es dennoch, sich auf Dauer zu halten. Diese Grashummel ist ein Beispiel dafür. Viele Vertreter der Hummelfamilie sind zu echten Nahrungs- und Lebensraumspezialisten geworden. Etwa die Bergwaldhummel. Sie fühlt sich in hohen Alpenregionen so richtig wohl. Über so manche Hochgebirgsform, wie diese grau-weiße Hummel, fehlen bis heute genaue Erkenntnisse. Ihr Volk besteht oft nur aus 50 Individuen. Diese Innenaufnahmen ihres Nestes sind einzigartig. Dass Hummeln in der kalten Gebirgswelt überhaupt Fuß fassen konnten, ist Ergebnis einer langen, evolutionären Anpassung. Ihr dichtes, pelzartiges Haarkleid zeugt davon. Dichter Pelz schützt auch einen anderen Bergbewohner. Den Braunbären. Noch gibt es Gebiete in den europäischen Alpen und Bergwäldern, in denen der Braunbär beheimatet ist. Der Großteil seiner Nahrung ist vegetarisch und gerne stöbert er auch nach allerlei Insekten. Doch auch der größte Braunbär hat eine kleine Schwäche. Seine Vorliebe für Honig ist sprichwörtlich und hat in vielen Märchen und Kinderbüchern Eingang gefunden. In hohlen Bäumen nisten nicht selten Wildbienen. Braunbären haben eine äußerst sensible Nase und können den Geruch von Honig über viele hundert Meter wahrnehmen. Doch nicht immer kommt der verlockende Honigduft von Bienenvölkern. Auch Hummelnester duften nach süßer Beute. Hat sich ein Braunbär einmal entschlossen, bleibt er stur und ist nicht mehr aufzuhalten. Selbst Stiche in den Kopf zwingen ihn nicht zur Aufgabe. Ganz im Gegenteil, sie scheinen ihn sogar noch anzuspornen. Die mächtigen Krallen bewährten Tatzen sind ein ideales Grabwerkzeug, um Erdnester freizulegen. Dem Hummelnest droht die Vernichtung. Gierig und mit sprichwörtlicher Bärenstärke wird das Nest zerfetzt. Die Hummeln haben keine Chance. Der Bär nimmt die ausgegrabenen Nestteile einzeln auf und verschlingt sie im Ganzen. Dass sich neben dem süßen Nektar Larven, Puppen und Hummeln in den Wachszellen befinden, scheint für ihn den kräftigenden Leckerbissen nur noch schmackhafter zu machen. Bei einigen Hummelarten finden wir besonders stark ausgeprägte Formen der Anpassung. Sie haben sich zu wahren Spezialisten entwickelt. Etwa bei der Eisenhuthummel. Sie kommt nur in den Alpen zwischen 800 und 2500 Metern Seehöhe vor und hat den längsten Rüssel unter den europäischen Arten. Mit dieser langen Saugpumpe trinkt sie nicht bloß Wasser aus kleinen Pfützen. Um die besten Stellen gibt es nicht selten Rangeleien. Die Entwicklung eines derart langen Trinkorgans hat ihren Ursprung ganz woanders und hat mit dieser Pflanze zu tun. Dem Eisenhuth. Es gibt im Alpenraum mehrere Arten dieses giftigen Hahnenfußgewächses, dessen Name sich von der eigenwilligen Blütenform ableitet. Sieht man genauer hin, dann erinnert sie tatsächlich an den Eisenhut, eine spezielle alte Helmform. Die Eisenhuthummel ist nun darauf spezialisiert, Nektar aus dieser bizarren Blüte zu saugen. Erst muss sie aber über die vorne liegenden Staubgefäße klettern, denn der Nektar befindet sich am Blütenende und den erreicht sie nur mit ihrem langen Rüssel. Die Eisenhuthummel ist auf diese Pflanze angewiesen, denn sie trinkt fast ausschließlich von diesen Blüten. Aber auch die Pflanze ist auf die Hummel angewiesen, da nur sie ihre Staubgefäße befruchtet, indem sie durch die Blüte klettert. Ein Musterbeispiel von Co-Evolution, bei der immer feiner aufeinander abgestimmte Formen entwickelt werden. Dabei steht ein Partner zum anderen in großer Abhängigkeit. Verschwindet die Pflanze, ist das auch das Ende dieser Hummeln. Verschwinden die langrüsseligen Hummeln, stirbt die Pflanze aus. Viele dieser Adaptionen und Paarbildungen sind noch unentdeckt. Fest steht, dass es unter den Hummeln einige bedrohte Arten gibt. Ihr Aussterben könnte auch das Ende bestimmter Blütenpflanzen bedeuten. Zu Sommerbeginn sind die meisten Wiesen und Flure noch ein Blütenmeer. Fast alle Farben sind vertreten und haben nur einen Zweck, befruchtende Insekten anzulocken. Hummeln, Bienen, Schmetterlinge. Auch wenn die Natur jetzt noch aus dem Vollen schöpft, geht die Pracht spätestens mit Beginn des Hochsommers verloren. Soweit das Auge reicht, dehnen sich jetzt Getreidefelder. Margeriten, Korn- oder Mohnblumen sind längst verblüht. Was auf den riesigen Feldern bleibt, ist ein Meer aus trockenen Ähren. Wie Rettungsinseln wirken da die kleinen Blütenflächen am Feldrhein. Für Hummeln ist das eine unerwartet karge Zeit. Der Hochsommer ist auch die Zeit der Wiesenmahrt. Fallen nun auch all die Wiesenblumen weg, verringert sich das Blütenangebot für Insekten noch einmal dramatisch. Doch Wiesen müssen gemäht werden, sonst verarmen sie. Und die Gräser nehmen überhand. Wiesen sind vom Menschen geschaffenes Kulturland. Pflanzengesellschaften von Gräsern und Kräutern. Kaum eine Wiese gleicht der anderen. Sie können bis zu 100 Pflanzenarten beherbergen und sind wichtige Ökosysteme für eine Vielzahl von Kleinstlebewesen. Wenn im Sommer riesige Wiesenflächen gemäht werden, steigt die Nahrungskonkurrenz unter den blütenbestäubenden Insekten. Je vielfältiger und dichter bewachsen die verbleibenden Grünräume sind, desto abwechslungsreicher die Insekten, die dort herumschwirren. Ein solcher Lebensraum sind Blumengärten. Ohne naturnahe Hausgärten könnten zahlreiche Hummelarten in Österreich kaum überleben. Denn hier findet sich bis zum Spätsommer ein stabiles Blütenangebot und somit Lebensraum. Auch im urbanen Bereich hat vielerorts eine positive Entwicklung stattgefunden. Österreichs grüne Städte verfügen bereits über 70 Prozent Grünflächenanteil. Hier erschließen sich für Hummeln im blütenarmen Hochsommer neue Lebensräume. Damit sind großstädtische Parks und Rabatten wichtige Nektartankstellen geworden. Es ist August. Tote Hummeln liegen am Wegesrand. Obwohl Landschaftsgärten lange für Blütennachschub sorgen, geht auch hier der Jahreskreislauf zu Ende. Einer der letzten Spätblüher im Jahr ist die Silberlinde. Ihre kleinen gelblichen Blüten finden sich bis weit in den August hinein. In den nektararmen Monaten ziehen sie Hummeln unwiderstehlich an. Die Blüten der Silberlinde enthalten Mannose, eine Zuckerart, die Menschen nicht schadet. Man nahm an, sie sei für Hummeln giftig. Doch diese Annahme ist falsch. Die Zusammenhänge in der Natur sind vielschichtiger. Hummeln sind gierig nach dem Nektar der Silberlinde, aber sie sind spät im Sommer bereits geschwächt. Und die Blüten sind überfrequentiert. Der Energieaufwand der Tiere, um zum Nektar zu kommen, ist höher als die Energiezufuhr, die sie aus den Blüten gewinnen. Das lässt sie sterben. Eine Hummel benötigt rund 150 Milligramm Zucker pro Tag. Erreicht sie das nicht, geht sie zugrunde. Noch im Todeskampf versuchen die Tiere, aus abgefallenen Blüten zu trinken. Der Mangel an Blütennektar lässt also die Hummeln im zu Ende gehenden Sommer in Massen sterben. Die Ameisen profitieren davon. Zurück zu unserer Königin und zu ihrem Volk. Mit dem Wandel der Jahreszeit und dem Ausklingen des Sommers hat sich im Nest etwas verändert. Die Königin scheint apathisch und ihr Volk ist in Aufruhr. Die alte Königin versucht sich abzusondern. Doch dann kommt es zum Aufstand im Hummelstaat. Ihre eigene Brut attackiert sie und fällt brutal über sie her. Die Königin wird gestochen, gezerrt und gebissen. Das geht so lange, bis sie tot ist. Die Hummelkönigin hat den frostigen Winter überlebt. Sie hat ein Nest erobert, sie hat ein Volk begründet. Doch nun wird sie Opfer ihrer eigenen Nachkommenschaft. Sechs Monate hat sie ihr Volk aufgebaut. Jetzt hat sie ausgedient und wird beiseite geschafft. Das ist der gnadenlose Kreislauf der Generationen im Hummelstaat. Nur wenig später erscheinen viele große Hummeln zwischen den Arbeiterinnen. Es sind die neuen Jungköniginnen, die gegen Ende des Sommers schlüpfen. Sie sichern die nächste Generation. Jetzt kann man beobachten, wie aus vielen Erdhummelbauten die Jungfernflüge starten. Ringsum warten schon die Drohnen, die kleineren Männchen auf eine einzigartige Gelegenheit. Hartnäckig verfolgen sie die Jungköniginnen, um sich mit ihnen zu paaren. Die Vereinigung kann eine halbe Stunde und länger dauern. Und diese einmalige Befruchtung reicht aus, dass die Jungköniginnen nach ihrem Winterschlaf wieder ein neues Volk begründen können. Doch nicht alle werden überleben. Wo viele Hummeln zur Paarung ausschwärmen, dort warten Feinde. Die Hummeln sind so sehr mit sich beschäftigt, dass sie nicht merken, dass sich eine Gottesanbeterin anpirscht. Ob nun Jungkönigin oder Männchen, wer immer in den Klauen der Gottesanbeterin landet, ist rettungslos verloren. Die Fangschrecke verzehrt alles, bis aufs letzte Rummelhaar. Der Herbst ist gekommen. Es gibt noch einen allerletzten Blütengruß, der Herbstzeitlosen. Sie erinnern an die Kokosblüten des Frühlings. Doch die Tage jener Hummeln, die jetzt die Herbstzeitlosen besuchen, sind gezählt. Auch letzte Enziane locken mit Pollen. Doch das Jahr der Hummeln geht zu Ende. Färben einmal die Wälder, lassen die ersten strengen Fröste nicht lange auf sich warten. Mit den fallenden Blättern fallen auch die letzten Hummeln. Nun sterben alle Völker. Alleine die befruchteten Jungköniginnen werden überleben. Sie suchen sich unter Moos und Laub ein Winterversteck in der Erde, wo sie nun für mehrere Monate, geschützt durch ihren Pelz, in Winterstarre fallen. Wenn der Frühling wiederkommt, kommen auch die jungen Königinnen wieder hervor, um neue Hummelfölker zu begründen, um ihren Teil beizutragen im Kreislauf der Natur. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017